get psyched yeah okay 45 gegner gerade mal es werden immer weniger aber es muss absolut rein gar nichts heißen nicht eine sache weiß ist das auch nur 45 gegner ein schon komplett ach du scheiße ja das ist jetzt das ist jetzt nennen wir es mal experimentell nachkommen er stürmt nicht nervige scheiße er will nicht sterben es ist so nervig man verlässt sich darauf dass ein gegner zumindest halbwegs zufällig zuverlässig stürmt und das ist tatsächlich sehr gut gelaufen aber passt ich habe gespeichert und da habe ich jetzt so viel munition dass theoretisch eigentlich nicht mehr allzu viel schief gehen kann zumindest was die ressourcen angeht zumindest was die ressourcen angeht bin ich auf der sicheren seite meine ganze hp vielleicht habe ich ja glück und oh gott es funktioniert einfach okay nice tatsächlich gut tatsächlich gut funktioniert ja wow das ist auf jeden fall gut vorsicht ja ja wenn du nur weg das wird auf jeden fall nicht schön ausgehen für dich kumpel und dann ist hier wahrscheinlich noch ein gegner drin nee oh das ist der speed of destiny oder der namensgebende uns fehlt noch ein gegner ich würde den ungern leben lassen ich finde nicht dass er sich das verdient hat deswegen wo bist du ohne scheiß so groß ist es nicht wo ist der gegner lol das ist doch komplett unmöglich das ist doch komplett unmöglich ja ok dann machen wir mal den save hier am besten mit der oh lohl denn wir sind ihm nächsten live Wie geil ist das denn gemacht? Irgendwie einfach in der Instant-Level-Transition. Ja cool, dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.